Du erinnerst dich wahrscheinlich noch an das Trigon des Lebens, mit dem alles angefangen hat. Und dieses Trigon des Lebens besteht, du erinnerst dich hoffentlich, aus Attitude, Business und Investing. Und heute möchte ich mit dir in das Thema Attitude etwas tiefer einsteigen, weil es die Grundlage von allem bildet, was dich in all den anderen Bereichen weiterbringt und wie sehr du auch in dir oder an dir arbeitest. Attitude ist zusammengesetzt aus drei verschiedenen Themenbereichen. Einerseits aus dem Thema Mindset, zweitens aus dem Thema Äther und drittens aus dem Themenbereich Erscheinungsbild. Doch bevor wir in diese drei Themenbereiche reingehen, möchte ich dir mit einem Beispiel kommen, was du zunächst erstmal für das bessere Verständnis brauchst, damit du eine Grundlage hast, um zu verstehen, wie sich das alles für dich zusammensetzt. Zunächst erst einmal ist die Grundfrage, die du dir stellen musst, natürlich, wo beginnt alles? Es beginnt in deinem Kopf. Und deswegen bekommst du von mir jetzt mal ein paar Fragen, die du dir stellen kannst, ob du schon richtig eingestellt bist oder ob du dir überhaupt schon mal Gedanken über diese Themenbereiche gemacht hast. Es beginnt damit, dir die Frage zu beantworten, wer bist du überhaupt? Und wir reden jetzt mal von der Frage nach deiner ganz persönlichen Identität. Nicht, was du bist. Nicht, ob du ein Marketer bist, ob du ein Angestellter bist, ob du ein Fußballer bist. Nicht, was du bist, sondern wer du bist. Was macht dich aus? Was beschreibt dich auf der Art und Weise, wie du deinen Lebensweg gehst, am besten? Ich beispielsweise betrachte mich als jemanden, der ein Immersuchender ist. Und zwar suche ich immer nach neuen Herausforderungen. Ich suche immer nach neuen Impulsen. Ich bilde mich weiter. Ich entwickle mich weiter. Ich kann nicht stehen bleiben. Das geht für mich gar nicht. Ich brauche immer wieder die Herausforderung. Also ich bin ein Suchender. Das ist mal ein Beispiel, was mich beschreibt. Wer bin ich eigentlich? Stell du dir mal die Frage, wer bist du? Eine zweite Frage, die du dir beantworten kannst ist, wer möchtest du denn sein, wenn das, der du heute bist oder der, der du heute bist oder die, die du heute bist, abweichend ist von dem Zielfoto, wo du dich hin entwickeln möchtest? Wer also möchtest du sein? Entsprichst du heute schon dem Bild, was du dir selbst für dich gegeben hast oder entsprichst du diesem Bild noch nicht? Denn wenn du dem noch nicht entsprichst, und das ist übrigens etwas, was für die meisten Menschen gilt, dann hast du einen Weg zu gehen. Und bei dem helfe ich dir natürlich sehr gern, wenn wir uns gleich über Attitude ein bisschen tiefer unterhalten. Eine dritte Frage ist, woran glaubst du eigentlich? Und es geht hierbei nicht um das Thema Religion, sondern glaubst du an etwas, was du beeinflussen kannst? Glaubst du an Erfolg? Glaubst du an Liebe? Glaubst du an Beziehungen? Und viele Dinge mehr. Also woran glaubst du, was deine Glaubenssätze widerspiegelt? Glaubenssätze ist ja ein Thema, was wir aus frühester Kindheit mit uns mitnehmen, was wir entwickeln, was wir kultivieren, was wir manifestieren und was einen unglaublich tiefen und langwierigen Einfluss auf unser gesamtes Verhalten hat und wie wir die Welt sehen. Also woran glaubst du oder woran glaubst du vielleicht auch nicht? Wenn du dir diese Frage mal beantwortet hast und zwar bis in die letzten Zipfel deiner Seele, dann wirst du feststellen, ob du noch einen Weg zu gehen hast oder ob dir irgendetwas im Weg steht, ob du mit Blockaden zu kämpfen hast. Hat ganz viel mit dem Thema Mindset zu tun. Eine weitere Frage, die du dir beantworten kannst ist, wie drückst du dich eigentlich aus? Ist das, was du sagst, kompatibel zu dem, wie du denkst? Passt das zusammen? Oder denkst du über etwas und sagst zu anderen Menschen etwas ganz anderes? Oder ist das, was du anderen sagst, so gar nicht das, wie du tief in dir drin fühlst? Also wie drückst du dich aus? Was gibst du von dir preis? Und ist das kompatibel zu deinem Mindset? Funktioniert das? Und eine letzte Frage, ist das, wie du handelst, kompatibel zu dem, was du sagst und zu dem, was du denkst? Du wirst gleich sehen, dass das unbedingte elementare Themenbereiche sind, die dazu beitragen können, ob du ein Leben nach deinen Vorstellungen führst oder eben, ob du dich selbst belügst, ob du dein Spiegelbild anlügst oder ob du nach all deinen Prinzipien und Werten handelst und demzufolge ein erfolgreiches Leben führen wirst. Ich möchte jetzt ein Beispiel geben, wo wir vielleicht ein bisschen mehr verdeutlichen können, worum es geht. Stellen wir uns einmal vor, du hast ein eigenes Unternehmen. Du bist selbstständig, du hast dich gerade auf den Weg gemacht und hast allerdings festgestellt, dass deine aktuellen finanziellen Mittel sehr überschaubar sind. Dass das, was du dir als Zielvorstellung gegeben hast, noch ganz weit weg ist. Und jetzt stellen wir uns die Frage, woran glaubst du? Glaubst du, dass andere einfach besser sind, wenn du dich mit ihnen vergleichst? Glaubst du, dass andere bessere Lebensbedingungen haben, dass sie einfach mehr Glück haben, dass sie ein besseres Netzwerk haben? Oder woran liegt es, dass du aktuell eine solche finanzielle Situation hast? Natürlich musst du dir vorher noch die Frage stellen, ist finanzielle Freiheit, also finanzielle Unabhängigkeit, die Unabhängigkeit davon, dass du regelmäßig Einkommen produzieren musst, auch ein Ziel, dem du folgst? Übrigens, die meisten Menschen, die sich mit einem Unternehmen auf den Weg gemacht haben, die wollen natürlich mit ihrem eigenen Unternehmen dieses Ziel irgendwann einmal erreichen. Und sie möchten es möglichst schnell erreichen, damit ein gewisser Druck von ihnen abfällt, nämlich der Druck zur Leistung, der Druck, unbedingt erfolgreich sein zu müssen, damit sie ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Und jetzt stellen wir uns mal die Frage, wie denkst du und sprichst du über Geld? Und wie ambitioniert bist du basierend darauf in deinem Handeln? Und du kennst vielleicht die Aussage, dass dein Handeln dem entspricht, was du sagst. Und das, was du sagst, sollte in aller Regel dem entspringen, was du denkst. Das heißt also, alles beginnt in deinem Kopf. Und jetzt gehen wir mal gemeinsam in das Thema Attitude ein bisschen tiefer rein. Und Mindset bestimmt natürlich ein Stück weit, wie du denkst, wie du handelst, wie du dich artikulierst und ob alles das in einer stimmigen Funktion oder in einer stimmigen Art und Weise im Außen erkannt wird. Der zweite Themenbereich, ich hatte es schon angesprochen, den nenne ich Äther. Und vielleicht hast du Äther als Begriff schon mal gehört. Er ist die Konzentration von etwas. Und wenn wir über Äther sprechen, dann ist es Teil deiner Energie. Das heißt, in welcher Energie befindest du dich aktuell eigentlich? Bist du gut dabei? Hast du eine hohe Motivation? Fühlst du dich physisch, mental, aber eben auch gesundheitlich und seelisch im Gleichgewicht? Oder gibt es verschiedenartige Stellen, wo du merkst, ich habe hier Herausforderungen? Oder wenn ich morgens aufstehe, bin ich irgendwie down? Oder es fällt mir schwer, mich zu motivieren. Also wo ist vielleicht der Bug in deiner Energie begraben? Wonach musst du suchen? Wenn deine Energie nicht auf dem Niveau ist, was dich leistungsfähig hält, dann hast du eine Baustelle, definitiv. Aber Äther ist auch noch etwas anderes. Äther hat etwas damit zu tun, was strahlst du denn im Außen aus? Ist das, was du sagst, das, was du denkst, das, was du tust, in der Wirkung auf andere erkennbar? Oder ist es eher eine krampfige Veranstaltung für dich? Wenn du Verkäufer bist und du strahlst die Überzeugung zu deinem Produkt nicht aus, obwohl du sagst, dass dieses Produkt toll ist, obwohl du vielleicht auch im Verkaufsgespräch alles auf die Straße bringst, was den Kunden normalerweise überzeugen sollte, hat dein Kunde doch ein Gefühl dafür. Und das nennen wir Intuition und Instinkt, ob das, was du ihm sagst, verbunden ist mit deiner Einstellung dazu. Also überprüfe dich mal, strahlst du das, was du in anderen erzeugen willst, auch tatsächlich aus? Das ist ein ganz wichtiger und elementarer Punkt des Themas Äther. Und dann hat Äther noch eine weitere Bedeutung. Das Thema Anziehung. Wovon fühlst du dich angezogen? Und was oder wen möchtest du denn anziehen? Bist du dir darüber bewusst, dass alles, was du in deinem Leben anziehst, extrem stark daran gekoppelt ist, wie du dich bewegst? Wenn du beispielsweise schlecht über Geld denkst, glaubst du, du ziehst wirtschaftlichen Erfolg an? Glaubst du, du bist jemand, der gut verkaufen kann? Glaubst du, du bist jemand, der Menschen motivieren und mitreißen kann und sie dann sagen, von diesem Menschen möchte ich mehr lernen, von diesem Menschen möchte ich profitieren? Oder bist du eher jemand, der sie abstößt? Abstößt im Sinne von, du bist gar nicht glaubwürdig. Die Art und Weise, wie du auftrittst, hat nichts zu tun mit dem, was du vermitteln möchtest. Diese Frage darfst du dir stellen, denn wir ziehen immer das an, was wir selbst ausdrücken. Und das hat mit unserem Umfeld zu tun, das hat mit unseren Lebensumständen zu tun, das hat übrigens auch etwas mit unserem Selbstbild zu tun. Denk mal beispielsweise an das Thema Gewicht. Denk mal an das Beispiel körperliche Fitness. Also was entspricht sozusagen deiner Anziehung, deiner Ausstrahlung und vor allen Dingen deiner Energie? All das steckt in dem Themenbereich Äther drin. Und du erinnerst dich vielleicht, es gibt noch einen dritten Punkt. Und das ist das Thema Erscheinungsbild. Also wie wirkst du auf andere im Sinne von, bist du eine komplette Persönlichkeit? Ich möchte dir ein Beispiel geben. Wenn du heute Unternehmensberater bist oder du bist heute Banker oder du bist heute vielleicht selbstständiger Versicherungsverkäufer, dann haben deine Kunden in gewisser Weise ein Bild im Kopf, wie dieser Mensch sich anzieht. Und egal wie erfolgreich du bist, glaubst du, dass du Erfolg dadurch ausdrücken kannst, weil du es nicht mehr brauchst, dass du dich gegenüber deinem Kunden für ein Beratungsgespräch zu einem Versicherungsprodukt in der Jogginghose präsentierst? Oder erwartet dein Kunde natürlich von dir einen Anzug oder zumindest eine Stoffhose, ein Hemd, ein paar gute Schuhe, einen schönen Gürtel? Also dass du rundherum ein Erscheinungsbild bist, was repräsentiert, wer du sein willst oder interessiert dich das gar nicht? Gehst du Klamotten kaufen, nur weil du mal wieder irgendwie ein Poloshirt brauchst und das Erstbeste nimmst oder achtest du auf Qualität? Wenn du in einem Segment unterwegs bist, wo du mit Menschen arbeitest, die eine hohe Erwartung an Qualität haben, nämlich an deine Qualität, dann darfst du ruhig darauf achten, dass deine Qualität, die du repräsentierst, auch optisch dem entspricht. Es hat auch was damit zu tun, in welchem Umfeld du dich bewegst. Wenn du dich permanent mit Menschen umgibst, die im Jammertal sitzen, die dir kollektiv mit dir gemeinsam ins Kissen heulen, weil die Welt mal wieder so schlimm ist, glaubst du, dass du dich aus diesem Umfeld heraus auf einen erfolgreichen Lebensweg machen kannst? Oder repräsentiert dein Umfeld am Ende des Tages einen Teil deiner Persönlichkeit, der nicht daran glaubt, erfolgreich sein zu können? Du kennst vielleicht die Aussage, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Der ist nicht von mir, ich glaube, dieser Spruch ist von Jim Rohn, aber er repräsentiert exakt das, was das Thema Umfeld für dich bedeutet. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die einen höheren Lebensanspruch haben als den, den du momentan hast, dann kannst du von ihnen lernen. Und in der Regel sind sie bereit, dich auf diesem Weg mitzunehmen. Bist du allerdings in einem Umfeld, was ich jetzt in diesem Fall als toxisch bezeichnen würde, dann hast du schlechte Karten. Weil dieses Umfeld wird es dir nicht erlauben, den nächsten Schritt zu machen, weil sie immer Mittel und Wege finden werden, weil sie wissen, du bist offen dafür, dich davon abzuhalten. Also Umfeld, wie gestaltest du dein Umfeld, hat was mit Erscheinungsbild zu tun. Und natürlich auch die Frage danach, welche Qualität haben all die Beziehungen in deinem Leben? Und wenn wir jetzt über Qualität von Beziehungen sprechen, dann nicht einfach nur, dass du ein Netzwerk toller Kontakte hast, auf die du einfach mal irgendwann zugreifen kannst, sondern ein Netzwerk von Menschen, die dich wertschätzen und die du wertschätzt und mit denen du regelmäßig im Kontakt bist und die du nicht immer nur anrufst, weil du mal was von ihnen brauchst. Also wie pflegst du Beziehungen? Wie wertvoll ist dir eigentlich deine Partnerschaft? Nimmst du deine Partnerin, deinen Partner als selbstverständlich an, nur weil ihr irgendwann mal zusammengefunden habt und du dir keine Mühe mehr machst, deinen Partner wirklich das Gefühl zu geben, dass er der wichtigste Mensch in deinem Leben ist? Was für ein Vater, was für eine Mutter bist du? Also wie sieht dein gesamtes Beziehungsnetzwerk, wie sehen deine Beziehungen aus? Das hat alles etwas mit deinem Erscheinungsbild zu tun. Denn wenn der Background, wenn all das, was dich supportet auf deinem Lebensweg, gut ausgewählt und aufgestellt ist, inklusive dir, dann wirst du all das nach außen hin zeigen und repräsentieren. Und ich kenne viele Menschen, die sich in diesem Themenbereich schon weit entwickelt haben, die mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehen, wo andere immer sagen, oh mein Gott, so leicht wäre ich auch gern, so unkompliziert wäre ich auch gern, so easy verkaufen würde ich auch gern. Aber all das funktioniert nur, wenn du deine Attitude einmal komplett überprüft hast und an den Themenfeldern gearbeitet hast, die dir dabei helfen, genau diese komplette Persönlichkeit zu werden. Und wenn du das einmal geworden bist, und glaub mir, das ist oft nicht einfach, es ist nicht mit einem Fingerschnipsen getan, da ist Arbeit nötig. Aber wenn du das einmal getan hast, dann werden dir alle Entscheidungen, die du im Rahmen deines Businesses zu treffen hast, alle Entscheidungen, die du in deiner finanziellen Entwicklung zu treffen hast, viel leichter fallen. Weil Attitude begünstigt natürlich auch die Frage, beziehungsweise deine Entscheidung dafür, wie bildest du dich weiter, wie entwickelst du dich, wie baust du dir ein Business, weil du offen bist, weil du für Impulse auch empfänglich bist und diese Impulse aufnimmst und schaust, wie kannst du sie in deinem Business wertschöpfend umsetzen. Und wenn dein Business erfolgreich ist und du weiterhin offen bleibst und offen bist, dann wirst du intelligente finanzielle Entscheidungen für dein Vermögen treffen. Du siehst, diese Dinge gehören immer miteinander zusammen, sie greifen ineinander wie ein gut funktionierendes Getriebe, aber alles beginnt mit deiner Einstellung, mit deiner Attitude. Denn egal in welchem Lebensbereich du erfolgreich sein möchtest, Beziehungen, Business, Finanzen und so weiter, alles erfordert eine gestandene, abgerundete Persönlichkeit. Und weil so viele Menschen diesen Weg für sich noch nicht gegangen sind oder weil sie immer nur glauben, dass Mindset das Einzige ist, was sie verändern müssten, ohne die Action dahinter zu bringen, ohne all die anderen Themenbereiche zu beobachten beziehungsweise für sich zu überprüfen, bleiben sie häufig hinter ihren Erwartungen ans Leben zurück. Und wenn du lernen willst, was du als Unternehmer zum Beispiel in Bezug auf Attitude brauchst, kann ich dir jetzt nur herzlich empfehlen, komm auf die Unternehmeroffensive am 11. und 12. September. Weil da wird Attitude für dein Leben eine ganz besondere Rolle spielen. Und du wirst lernen, was du tun kannst und wie du es tun kannst, diese Dinge in deinem Leben auf ein Niveau zu bekommen, dass du dieses Triangel des Lebens, dieses Trigon für dich auf eine optimale Weise umsetzen und vorbereiten kannst. Also www.unternehmeroffensive2021.de Und diesen Link findest du unter diesem Video. Und deswegen meine herzliche Einladung an dich. Mach dich auf den Weg. Wir nehmen dich gern mit an die Hand. Und in diesem Sinne sehen wir uns in Frankfurt oder im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Ciao.